Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der weißfarbene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Allraddiesels überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Das Schwellt Das Schbutt Bis zum nächsten Mal.